Wir bauen Straßen in allen Größen und wir kümmern uns um das, was darunter liegt. Oder draufsteht, Tiefbau und Bauwerksanierung. 300 Leute packen dafür an, aus Überzeugung. Und ich bin der glücklichste Mensch, was es gibt. Für stabile Ergebnisse braucht es stabile Maschinen. Die haben wir auch. Dazu zwei der größten Asphalt-Mischanlagen in der Region. Eine Autobahn baut sich schließlich nicht von selbst. Und auch der kleine Landschaftsweg hat Qualität verdient. Genauso wie unser Team. Ich habe Radio, ich habe Klimaanlage, GPS, ich habe alles, alles, was ich brauche. Da wird auch die Herausforderung zum Kinderspiel, wenn es zum Beispiel darum geht, bei Daimler Boden gut zu machen. Gefragt war die perfekte Asphalt-Mischung für die neue Teststrecke. Jeder Mitarbeiter hat ein großes Know-how. Das sieht man zum Beispiel im Daimler-Testgelände in Emmedinge. Und man hat wirklich top Ergebnisse gefahren da oben. Wir haben brutal gutes Personal draußen. Das muss man wirklich sagen. Schwachpersonal. Dann macht es einfach Spaß zu arbeiten. Also das passt wirklich. Und das macht einen persönlich stolz, wenn so etwas funktioniert. Wir sichern die Qualität im eigenen Labor. Und wir produzieren in den eigenen Anlagen. Seit den frühen 1970ern mischen wir sämtliche Asphaltsorten in Balingen-Ostdorf. Sogar die nächste Generation kommt aus dem eigenen Haus. Mein Vater war bei der Firma Stumpfschau als Laborant. Da war immer ein gutes Miteinander. Vater und Sohn als starkes Team bei uns Alltag. Ich bin eigentlich froh, dass meine zwei Söhne bei mir schaffen. Wir sagen uns gegenseitig Meinungen. Und das ist Baustelle ist Baustelle und Privat ist Privat. Und das funktioniert auch. Das funktioniert wirklich. Mein Vater ist für mich da. Für meinen Bruder auch. Er steht immer hinter uns. Und das ist das, wofür ich ihm danke. Wir danken unseren Leuten, dass sie uns über so viele Jahre treu bleiben. Wir sind 23 Jahre wieder vor der Firma Stumpf. 30 Jahre. Ungefähr 10 Jahre. Seit 16 Jahren. 18 Jahre. Der Zusammenhalt ist Geschäftsführer Arne Stumpf besonders wichtig. Er übernahm 1983 die Firma, die sein Vater 1952 gegründet hat. Wir versuchen auch ein familiäres Umfeld zu bieten, damit die Mitarbeiter auch bleiben. Obstkörbe gibt es auf der Baustelle nicht. Dafür alles andere, worauf es wirklich ankommt. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Das Geschäftsmodo. Zahltag stimmt. Jedes Jahr Sommerfest. So kommt man wieder mal mit anderen Leuten zusammen. Das ist alles sehr kollegial. 200 Fahrzeuge, neueste Technik und Maschinen, ausgefeilte Logistik, Schulungszentrum, Karrierechancen. Bei uns selbstverständlich. Und auch das Persönliche ist uns wichtig. Ja, da weiß man noch einen Namen und das finde ich, ist das, was es ausmacht. Kati ist Polieren ihrer eigenen Kolonne. Ich kann es jeder anderen nur empfehlen. Ich glaube, abwechslungsreicher kriegt man es nirgends. Jobs gibt es genug bei uns. Ich bin Bauleiter, Keterbaggerfahrer, ich bin Vermessungstechniker, Baugeräteführer, Mischanlageleiter, ich bin Maurer im Bett und Baumeister bei der Firma Stumm. Bei uns ist alles möglich. Auch ein duales Studium. Ein entscheidendes Projekt in meiner Studiumszeit war die Fahrbahndeckenerneuerung der B27. Jeden Tag war da echt Action. Wir waren da mit 20 Leuten auf der Baustelle, großen Geräten, viele LKWs. Da habe ich unheimlich viel auch lernen können bei dem schönen Projekt. Bauleiter mit 25? Bei uns geht das. Wo frische Ideen auf bewährtes Wissen treffen, wird gut. Man muss auch ein bisschen was im Hirn haben und wirklich was am Helm haben. Wir haben, was es braucht, fachlich und menschlich. Man muss auch länger zusammen wie mit der eigenen Frau, also es wird ja auch passen. Wir sind und bleiben ein Familienunternehmen. mittelständisch und gleichzeitig mit allen Möglichkeiten eines Großunternehmens. Einfach so, wie man uns kennt. Mir gefällt es halt einfach. Wenn es läuft, es muss laufen, immer. Und es läuft. Auf gutem Grund. Von Sturm. Gibt es ein Outtake-Video? Ja. Sehr gut. Finde ich gut. Ich bin ein paar Minuten. 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 Vielen Dank.